Musik 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 Gude. Hi Leute. Ich weiß, das Licht ist scheiße, die Sonne scheint, ich habe auch nicht viel Zeit. Ich habe ziemlich viel um die Ohren im Moment, aber eins wollte ich euch noch mitgeben. Dieses Wochenende, lasst nicht den Kopf hängen, da kann man schlecht sehen, wo man hinläuft. Und ja, es war natürlich mal wieder ein netter Versuch, uns in die Angst zu treiben. Ich sage jetzt gar nicht was, ihr wisst es. Es soll uns den Mut nehmen, es soll uns abhängig halten, es soll uns zu Sklaven machen, zu Niggern. Ja, damit wir weiterhin dazu verleitet werden, korrupt zu werden selbst, damit jeder korrupt wird, damit man dann ewig quasi in so einer Negativspirale bleibt und dadurch auch schlechtes Karma ansammelt. Und das führt wieder dazu, dass man ewig versklavt wird von den bösartigen Kräften, ob physisch oder geistig. Und ja, uns ewig in der Hölle zu halten. Das ist das Ziel. Das wird aber nicht funktionieren, weil ihr wisst es jetzt und ich möchte euch darum bitten, einfach trotzdem positiv zu bleiben. Tut so, als wäre es nicht passiert und selbst wenn, fuckt einfach drauf, macht noch mehr Gutes, macht noch mehr alles, was wichtig ist, was richtig ist. Es kommt auch nicht immer darauf an, dass es alles perfekt gut ist. Hauptsache ihr erreicht ein Ziel, das nicht nur für euch positiv ist am Ende und geht euren Weg. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.